Ja, herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser des Gemeinnützigen. Wir sind heute im Zedler Rathaus zu Gast bei Bürgermeister Heiner Laugstermann. Guten Tag, Herr Laugstermann. Grüß Sie. Wir machen heute das Sommerinterview der NWZ. Nach den ersten beiden Ausgaben mit Gerd-Christian Wagner an Fahre und mit Johann Taddix, Chordirektor von Dangas, sind wir diesmal in die Wede gegangen. Das hat auch einen ganz guten Grund, weil im Moment groß in der Diskussion ist, der Autohuf, der in Ellens gebaut werden soll. Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, also Sie, Fragen an den Bürgermeister zu stellen. Dabei ging es allerdings nicht nur um den Autohuf, sondern um alles, was die Leute in Zedl, in der Gemeinde und um Zedl herum so interessiert und was Sie schon immer mal den Bürgermeister fragen wollen. Wir nennen diese Reihe Sagen Sie mal, Herr Bürgermeister und wir beginnen auch gleich mit der ersten Frage von Ursula Janssen-Finking. Sagen Sie mal, Herr Bürgermeister Laugstermann, warum setzen Sie sich nicht dafür ein, dass der Schwerlastverkehr aus Zedl und anderen Dörfern verschwindet? Das hat direkt was mit dem geplanten Autohuf zu tun. Das hat direkt was damit zu tun, dass wir die Landesstraße hier bei uns durchgehen haben und wenn wir da etwas verändern wollen, das ist eine zugelassene Landesstraße, dann müssen wir über eine Umgehung reden. Das halte ich bei den Restriktionen, die wir drumherum aus landschafts- und naturfachrechtlicher Sicht haben, halte ich das also für utopisch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch schon mal mitgeteilt, Ich halte die Verkehre für vertretbar. Wir haben sogar Lösungsvorschläge gekriegt von unseren Lesern, weil diese Frage wurde natürlich mehrfach gestellt. Wolfgang Riebe zum Beispiel hat sich in Österreich informiert und er stellt die Frage, wäre es möglich, die Durchfahrt für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zu verbieten und nur Ziel- oder Quellverkehr zuzulassen? Wäre das vielleicht die Lösung, um den Schwerlastverkehr umzuleiten? Nein. Wir reden von klassifizierten Straßen, Bundesstraße, Landesstraße. Die eine ist vom Land, die andere ist vom Bund. Und die sind grundsätzlich nicht Tonnage begrenzt, sondern die sollen alle Verkehre aufnehmen. Wir können nur, was Tonnage betrifft, über Straßen verfügen, die Gemeindestraßen sind. Das Thema Schwerlastverkehr lag einer ganzen Menge an Menschen auf der Seele. Dr. Sabine Fleitmann schrieb an uns folgende Frage an Sie. Die Gemeinde Zetel wird mit dem Label Energiewendekommune. Das sieht sie mit den Planungen des Autohofs entgegengesetzt, weil sie sagt, eigentlich sollte man doch den Weg über die Schiene favorisieren und nicht noch durch Autohöfe den Verkehr auf der Straße unterstützen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung zu? Also, Frau Dr. Fleitmann verwechselt Äpfel mit Birnen, das muss ich mal so sagen. Und wer etwas über Schienenverkehre weiß, der weiß, dass zurzeit 18% über die Schiene gehen und die Bundesrepublik Deutschland möchte gerne bis 2035 25% auf die Schiene bringen. Und dann müsste man auch mal so realistisch sein und sagen, auch zukünftig werden 75% aller Güter über die Straße kommen. Und was hat Frau Dr. Fleitmann noch gewollt? Damit man das Verkehrsaufkommen in Zetel minimieren kann, sollte man noch darauf verzichten. Dazu muss man mal feststellen, wir haben ca. 8000 Fahrzeuge, die zurzeit die Landesstraße nutzen. Und das, was möglicherweise durch den Auto durch Zetel dazukommt, das halte ich absolut für vertretbar und auch beherrschbar. Und die Äpfel- und Birngeschichte hat was mit Energiewendekommune zu tun. Wir haben uns immer dafür eingesetzt als Gemeinde Zetel, wir sind ja auch in Ära beigetreten. Und da kommt das her, dass wir grünen Strom produzieren. Und da hat Zetel die Energiewende lange erreicht. Also wir produzieren mehr grünen Strom, als wir hier selber verbrauchen. Das steht dahinter. Und das ist eine Geschichte, die man mit dem Autohof überhaupt nicht vermengen sollte. Also in der Energiekommune ist Zetel schon. Und wenn ich das richtig weiß, sind sie auf dem Biosphärenreservat nicht wie andere Kommunen völlig abgeneigt, sondern planen da auch etwas zu tun? Nein, da sind wir nicht abgeneigt. Und das hat jetzt ein bisschen gestottert durch Corona, jedenfalls seitens der Behörde des Landes. Aber das ist jetzt auf einem Weg. Und das werden wir auch demnächst im Umwelten und Planungsausschuss beraten. Und ich denke auch, da werden wir zu einem guten Ergebnis kommen. Eine Nachfrage zum Thema Autohof habe ich noch gekriegt von Mirko Probst. Das ist eine ganz ungewöhnliche Frage. Er sorgt sich nämlich um den guten Ton. Seine Frage, wurden Überlegungen in Richtung Kriminalität schrägstrich Prostitution bedacht, die ein Autohof mit sich bringen könnte? Und er fragt, ob es da schon eine Studie zu gibt? Nein. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich fand die Frage gar nicht mal so übel, weil mir wäre sie nicht in den Sinn gekommen. Aber in der Tat ist das ja etwas, was unsere Leser auch umtreibt. Aber nicht nur der Autohof war natürlich Thema. Wir haben auch ganz viele Fragen zu anderen Gebieten bekommen. Unter anderem, das hat jetzt zwar auch was mit Straße zu tun, aber etwas auf einem anderen Niveau. Petra Hilje-Gerdes fragt, warum wird bei der Straßenbausatzung unterschieden, ob man innerhalb geschlossener Ortschaft wohnt oder außerhalb? Es geht also darum, dass es die Straßenausbaubeitragssatzung so nicht mehr gibt, aber trotzdem die Bürger bei den Straßenbau mitbezahlen sollen. Was antworten Sie denn, Frau Hilje-Gerdes? Also die Straßenverbesserungssatzung gibt es immer noch, nur sie hat eine Passage dazu bekommen, nämlich dass wir für Kernbereiche in Neuenburg und in Zettel wiederkehrende Beiträge erheben von allen. Wir hätten es uns gerne so gewünscht, wie die Dame gefragt hat. Ein anderes Bundesland macht es so. Die Landesregierung hat es anders entschieden. Das heißt, es muss ein zusammenhängender Ortsbereich sein. Es ist aber nicht so, dass die im Außenbereich nicht zahlen müssen. Für die gilt weiterhin die alte Satzung. Das heißt, die müssen bei einer Straßenverbesserung bis zu 75 Prozent zahlen. Kann man jetzt auf 20 Jahre im Prinzip ableisten, indem man Ratenzahlung gewährt. Aber wir hätten das gerne aufs gesamte Gemeindegebiet gemacht. Rechtlich war das nicht möglich. Ein großer Streitpunkt eigentlich in allen Kommunen ist das Thema Windenergie. Torsten Rix hat dazu eine Frage gestellt. Ist im Zuge des geplanten Repowerings im Windpark Bullenmeersbeke auch geplant, künftig weitere Windkraftanlagen auf der für Windkraft ausgewiesenen Fläche zu bauen? Also wird es mehr Windkraft geben oder wie sind da im Moment die Planungen? Was können Sie Herrn Rix darauf antworten? Naja, mehr Windkraft wird es auf jeden Fall geben, wenn man Repowering macht, weil die Windenergieanlagen einfach leistungsfähiger sind. Und wie viel das sind, mit Sicherheit sind das von der Zahl her weniger. Das muss sich im Bebauungsplanverfahren ergeben. Da sind ja nun eine ganze Menge Gutachten zu berücksichtigen. Ja, mehr kann ich dazu grundsätzlich nicht sagen. Was ich noch sagen will, ich gehe nicht davon aus, dass nach der derzeitigen Rechtslage wir weitere Windparks ausweisen können. Wir haben eine Potenzialstudie, die sagt, wo es geht. Und insofern reden wir jetzt, Bullenmeer ist ein Beispiel dafür, schon mal wieder Repowering, so lange ist es her. Und ich bin immer dafür, dass was im rechtlichen Rahmen möglich ist, das sollte man im Rahmen des Repowerings auch zulassen. Windenergie gehört ja auch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, immer etwas zum Thema Energiewende dazu. Aber nicht bei mir vor der Haustür. Uwe Seibert hat uns die nächste Frage geschickt. Und da geht es etwas, ja, um Gemeindestrukturen in der Lokalpolitik. Er fragt, wird es, aus welchen Gründen auch immer, in der Zukunft eine friesische Gesamtgemeinde mit den Orten Zetel, Neuenbuch und Bockhorn geben? Ich glaube, so ein Zusammenschluss war ab und zu schon tatsächlich mal in der Diskussion. Nein, die gab es. Es gab früher die Großgemeinde Friesische-Wede. Bis zur Gebietsreform? Nein, die gab es bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann gab es die drei Gemeinden. Und bei der Gemeindereform 72 sind Zetel und Neuenburg zusammengekommen. Und Bockhorn ist damals selbstständig geblieben. Dazu muss man Herrn Seibert eins sagen, Ich glaube nicht, dass sich heute nochmal ein Landespolitiker die Finger daran verbrennen möchte, Gebietsreform insgesamt aufzugreifen. Das Land setzt ja auf freiwillige Maßnahmen. Die gibt es ja zum Teil auch. In der Regel ist es die Not, die dann Kommunen zusammenführt. Ich gehe mal davon aus, hier in der friesischen Wede, nicht denkbar aus meiner Sicht. Nicht denkbar. Aber ich will dazu auch noch einen Satz sagen. Wer meint, dass man, wenn Kommunen sich vergrößern, unbedingt auch Wirtschaftlichkeit dabei rauskommt, mitnichten? Das wäre meine Nachfrage gewesen. Friesische Wede als Bezeichnung würde sich ja anbieten. Aber ich glaube, das, was Sie gesagt haben, trifft es ganz gut. In letzter Zeit war das Thema Hunde ganz aktuell diskutiert. Konstanze Arsten Janke hat dazu eine Frage. Und zwar, wenn ich Steuern bezahle und die Häufchen selbst entsorge, gibt es keine Mittel für Freilaufflächen oder Wiesen, auf der man meine Hunde spielen lassen kann. Also die Hundesteuer umsetzen in Freilauffläche in der Gemeinde Zetel, damit da die Hunde sich richtig austoben können. Und so wie es jetzt neuerdings gefordert wird, auch das zweimal Gassigen am Tag gewährleistet wird. Also ich denke, wer einen Hund hat, um auf Gassi gehen zu kommen, wer einen Hund hat, der weiß ganz genau, wie oft und wie viel Bewegung ein Hund braucht und wie oft er Gassi gehen muss. Das ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Warum gibt es überhaupt Hundesteuer? Das ist eine allgemeine Steuer, die ist mit keiner Gegenleistung verbunden. Und insofern bleiben für jeden Hundehalter die Verpflichtung, die man hat, den Kot vernünftig zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass der Hund sich anständig verhält. Freilauffläche haben wir schon mal geprüft. Wir haben einfach keine. Wir haben einfach keine. Es gibt eine private Freilauffläche, die man nutzen kann in Neuenburger Feld. Und ich kann das alles verstehen. Es gibt viele Haustiere, die Leute sagen, warum gibt es keine Pferdesteuer. Die Hundesteuer ist eine alte Steuer, bei uns in Zetel sehr moderat. Und ich kann nur sagen, das stand schon mal in der Wilhelmshavener Zeitung, ist ein paar Jahre her. Da sind mal die Hundesteuerbeträge, sind einfach mal aufgelistet worden. Da waren wir ganz unten, sind wir jetzt auch noch. Und dazu schrieb die Wilhelmshavener Zeitung im Leitartikel, schrieb, wenn ich Hund wäre, würde ich nach Zetel ziehen. Also insofern sind wir auf jeden Fall günstig. Also wenn ich Hund wäre, würde ich nach Zetel ziehen, könnte ich dann vielleicht sogar als Hundehalter unterschreiben. Das Ordnungsamt, hat Herr Oetken Sie schon angefunkt und nach Personal gerufen, wenn jetzt tatsächlich kontrolliert werden muss, wer zweimal Gassi geht, einmal an allen Haustüren klingeln? Also, Sie sprechen auf die Ministerin Frau Klöckner an. Ganz genau. Ja, das ist ja alles in aller Ehren wert, aber man muss auch mal überlegen, auch wenn man in der hohen Bundespolitik muss man überlegen, wer soll das und wie soll das kontrolliert werden, dann brauchen wir ja langsam mal wieder, und das haben wir durchaus auch als Negativbeispiel in Corona-Zeiten gehabt, dann brauchen wir Blockwarte. Dann brauchen wir Blockwarte, das ist also utopisch. Ja, das sollten wir auf jeden Fall vermeiden, dass wir wieder zu solchen Dingen zurückkehren. Bei den Fragen waren natürlich auch eine ganze Menge persönlicher Sachen dabei, also direkte Fragen aus dem persönlichen Umfeld. Gerda Maas hat so eine Frage gestellt. Sie wohnt in Schweinebrück an der Polstraße, und sie hat als älterer Mensch festgestellt, sie fühlt sich auf der Straße nicht mehr sicher. Viele fahren schneller, als das Tempolimit von 50 Stundenkilometern vorschreibt. Wäre es nicht sinnvoll, zudem einträglich für die Gemeinde, wenn man zur Abschreckung einige Tage eine Radarfalle aufstellen würde. Also sie denkt sogar ein bisschen an das Gemeindesäckel. Ja, leider nicht Gemeindesäckel. Also einträglich ist das dann für den Landkreis. Die haben ja jetzt auch so ein mobiles Gerät. Das werden wir mit dem Landkreis mal erörtern. Was wir auf jeden Fall machen können, wenn wir es noch nicht gemacht haben, ist, dass wir ein eigenes Gerät haben, das genau messen kann, an welchen Tagen wer, wann, wie viel und wie schnell fährt. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ganz oft kommt dabei raus, dass es nicht entscheidend, dass die persönliche Warnung nicht vergleichbar ist mit den Daten, die man erfasst. Aber wir haben eine andere Straße wie Röben-Dicken-Straße. Da haben wir schon gestaunt, was dabei rausgekommen ist. Und dann kommt man auch im Landkreis zu Regelungen. Also wir werden das aufnehmen. Also eine direkte Antwort mit einer direkten Verbesserungsankündigung. Wir haben eine Zuschrift bekommen von Bärbel Kramer. Die folgendermaßen eine Frage an Herrn Laugstermann gestellt hat. Die Grundschule Bolenberge soll geschlossen werden. Was soll dann mit dem wunderschönen Spielplatz passieren? Wird der aufgelöst oder bleibt er erhalten? Und was plant man mit dem Grundstück? Also was antworten Sie denn, Frau Kramer? Naja, wir haben jetzt beschlossen, die Grundschule Zetel endgültig zu planen. Auch von der Zügigkeit her. Da wird zur Zeit das Ausschreibungsverfahren vorbereitet für den Planungsauftrag. Den muss man europäisch ausschreiben. Das ist so vorgesehen. Und am Ende steht eine Schule in Zetel, die auch die Grundschule, die Außenstelle in Bolenberge entbehrlich macht. Und über Verwendung des Gebäudes hat es noch keine Beratung gegeben. Wir werden verwaltungsseitigen Vorschlag machen, wir werden vorschlagen, das gesamte Objekt zu verkaufen, um den Erlös dann einer wirklich Millioneninvestitionen Grundschule Zetel zuzuführen. Und dann würde sich der neue Investor oder Käufer auch wahrscheinlich mit dem Areal und mit dem Spielplatz beschäftigen müssen. Ja, das wird unser Vorschlag sein, dass wir da aussteigen. Das ist aber zu beraten. Ich habe eine Frage bekommen von Stefan Leo, der sich mal mit einer ganz anderen Thematik beschäftigt. Und zwar mit den sozialen Medien. Er hat also festgestellt, dass insbesondere in den sozialen Medien vermehrt Kritik auf unsachliche und beleidigende Ebene abrutscht. Und er hat die Vermutung, dass gerade Sie als Bürgermeister, also als Funktionsträger und auch die Mitglieder des Rates häufiger davon betroffen sein könnten. Und zwar mit verbalen Angriffen. Und er fragt, nehmen Sie das auch so wahr? Und wie gehen Sie und Ihre Mitstreiter im Rathaus damit um? Naja, alle, die mich kennen, wissen, dass ich in gewissen Medien nicht unterwegs bin. Und wenn ich mit der Presse zu tun habe, wir haben ja nur zwei Presseorgane, nur zwei Presseorgane, mit denen ich zu tun habe hier, Nordwestseitung und auch FRIBO, sage ich mal, fühle ich mich dem Grunde genommen anständig behandelt. Dass wir manchmal unterschiedlicher Auffassung sind und etwas unterschiedlich darstellen. Das ist Ihr Auftrag, das ist mein Auftrag. Da habe ich kein Problem mit. Und in persönlichen Gesprächen habe ich eigentlich auch keine Probleme. Dass manche Anliegerversammlungen heute etwas schwieriger laufen, das ist so. Da hat sich etwas verändert. Und was die modernen Medien betrifft, wie her in Facebook und was es sonst noch gibt, da bin ich nicht unterwegs. Also da habe ich noch nie reingeschaut. Also Sie gehen mit der ganzen Thematik doch eher ein bisschen gelassener um und versuchen da konstruktiv weiterzuarbeiten mit Ihren Mitarbeitern. Also ich weiß gar nicht, was in diesen Medien steht. Wir haben eine Frage von Tim Stadtlander bekommen. Und der fragt, welchen Stellenwert hat die Integration der Bürger in der Gemeindepolitik für Sie? Sie merken also das bunte Themensprechung, das wir haben. Was antworten Sie Herrn Stadtlander? Ja, Integration ist natürlich bedeutend für uns, weil Integration muss einfach gelingen, wenn wir ein friedliches Miteinander und Nebeneinander haben wollen. So haben wir uns immer aufgestellt. Das war Anfang der 90er Jahre, als wir ganz viele kurdische Familien aufgenommen haben. Und das war auch 2014, 2015 so. Wir haben extra unsere Stellen in der IHV-Stelle aufgerüstet, weil wir einfach merken, wenn wir es nicht vor Ort machen, wenn wir uns nicht vor Ort kümmern, dann wird es immer schwieriger, dass so etwas gelingt. Also das ist ganz viel Handarbeit an und im Menschen und für den sozialen Frieden muss Integration einfach gelingen. Ja, unsere Zeit ist um. Vielen Dank, dass Sie bei dem Sommerinterview mitgemacht haben. Wie gesagt, es waren nicht unsere Fragen, es waren die Fragen der Leser. Und wenn Sie sonst irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns in der Redaktion des Gemeinnützigen an der Schlossstraße oder Sie scheuen den Weg nicht und gehen direkt ins Rathaus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.